Die Haskins Nachleucht-Tapes in Premium- und Superqualität sind unsere ersten abriebfesten Anti-Rutsch-Tapes mit Nachleuchteffekt. Aufbauend auf seiner langjährigen Erfahrung mit nachleuchtenden Materialien kann Haskins nun Produkte mit außergewöhnlich langen Leuchtzeiten anbieten. Diese Produkte leuchten in Situationen ohne Licht noch länger nach und bieten so mehr Sicherheit, zum Beispiel bei einem unerwarteten Stromausfall. Das hochwertige Anti-Rutsch-Tape mit Nachleuchteffekt eignet sich perfekt für Innenräume wie Treppenhäuser und Flure oder für Ausgangswege, wo es dunkle Bereiche deutlich kennzeichnet. Das Tape ist abriebfest und deshalb sanft zu nackter Haut und empfindlichen Materialien. Außerdem ist es wasserfest. Die ideale Markierungs- und Anti-Rutsch-Lösung in Bereichen, in denen das Material ständig Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Haskins produziert zwei Varianten des hochwertigen Anti-Rutsch-Tapes mit Nachleuchteffekt. H3452 Anti-Rutsch-Tape Premium und H3454 Anti-Rutsch-Tape Super. Die beiden Ausführungen bieten unterschiedliche Leuchtstärken für individuelle Anforderungen. Beide Produkte bieten in Situationen ohne Licht einen strahlenden und längeren Nachleuchteffekt. Sie unterscheiden sich jedoch in der Leuchtstärke und Dauer. So können Sie ein Produkt auswählen, das den Geldbeutel Ihres Unternehmens schont und Ihre individuellen Anforderungen erfüllt. Dank seiner starken, selbstklebenden Rückseite lässt sich das hochwertige Anti-Rutsch-Tape mit Nachleuchteffekt mühelos auf sauberen und trockenen Flächen anbringen. In Kombination mit dem Zubehörsortiment von Haskins ist so eine längere Haltbarkeit dieses Produktes im Rahmen seiner Lebensdauer garantiert. Das hochwertige Anti-Rutsch-Tape mit Nachleuchteffekt lässt sich mit natürlichem Licht, Glühlicht und LED-Licht mit einer Ladezeit von anderthalb Stunden aufladen. Nach dem Aufladen leuchtet dieses Material länger als Standard-Tapes mit Nachleuchteffekt. Sowohl die Premium- als auch die Superausführung unseres hochwertigen Anti-Rutsch-Tapes mit Nachleuchteffekt können in Rollenbreiten von 15 bis 1220 Millimeter produziert werden. Weitere Informationen über unsere hochwertigen Anti-Rutsch-Tapes mit Nachleuchteffekt über die Unterschiede in der Leuchtstärke und die vielen Zertifizierungen, die diese Materialien erfüllen, erhalten Sie telefonisch unter plus 44 in Klammer 0 12 54 83 22 66 oder auf unserer Website www.heskins.de